jo hi und willkommen mein name ist der nero und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of wesperia die definitiv edition ja in der letzten folge ging es ein bisschen drunter und rüber wir haben so in nordopolika ein paar sachen erledigt und zwar haben wir uns mit berius getroffen und jabeos ist ein monster nicht so dolle dann sind ein paar leute gekommen wollten die erledigen und ja und jetzt ist er noch ein skit ganz nebenbei flimmste aufgetaucht hat ein kleines face off mit juri gehabt und ja sind nicht mehr so ganz dicke so wie das ausschaut und ja es hat aus versehen berius getötet jule fahrt hier ein kern getötet und ist ein abgauen und die gruppe hat irgendwie herauskunden dass juri ein paar leute getötet hat und ja die gruppe ist ein bisschen gespalten habe ich so gefühl und ja jetzt geht es ist das ende der gilde aber kein sinn ist das neue lagerraum warum kann ich dann ok aber haben wir sehen wie die gruppe jetzt ja so zu sprechen ist repeat Okay, Raven. Entelexia. War aber die ist nicht so. Der hat sich versprochen. Da ist also nicht so eine prinzlinge irgendwie so gut zu sprechen auf es ist das genau so aus habe ich bereits gesagt habe ich aufpasst ja was er in die Hand. Aber die Hand ist nicht so. Aber die Hand ist nicht so. Aber die Hand ist nicht so. Aber das ist nicht so. Du bist sehr fachst. Du musst nachdenken und nachdenken. Was du? Das ist nicht so. Du bist für dich. Du bist für dich. Du bist für dich. Ich weiß, dass ich mich nicht so lange fühle, was ich. Ich glaube, es ist auch so期待, dass ich sie auch. Und ich weiß, dass sie auch so gut anwenden, was ich. Ich kann mich nicht so aufhalten, aber ich weiß nicht, dass ich das war. Ich habe mich nur auf den Zeit gehalten, aber ich weiß, dass ich so eine Art sagen kann. Ich weiß nicht, ob ich Nutz weiß, was ich weiß? Aber es ist das so. Nutz ist nicht eine Gute, Ich weiß nicht, ob die anderen Arten kann. Ich weiß nicht, ob wie es rauskommt. Aber Harry, wenn ihr den Ort anst. Wenn ihr den船 aufhören, dann kommt es auf Dungrest. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob es rauskommt. und da war gerade in der reine sinny wachsino sei sei oder ein kiel total das wird es nicht Ah, Rita. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich nicht vergessen. Es ist vielleicht die Idee, Esther? Genau. Ich habe ihn schon wissen. Es... Ich habe ihn schon wissen. Ich habe ihn schon wissen. Ah... Oh, das ist... Das ist auch... Das ist alles. Judy, Rita... Das ist ... Natürlich, ich auch. Was für Lago und Kimol? Ich habe keine Ahnung, aber ... Ich weiß nicht, dass du etwas zu tun ist, aber ... wenn ich zu sagen, dass du etwas zu tun hast, dass du dich nicht verletzt hast, dass du dich nicht verletzt hast? Du bist auch so? Ich weiß nicht, dass du diese Frau ... Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 kann man sich nicht immer das ist eine ganz schön verkorkste truppe Was war denn, mit einer tiefen Gesichter? Ja, das war sehr schwierig. Ich dachte, dass wir mit Jüri besser gehen können. Ich dachte, ich wollte nur noch nicht sein. Hatte sich der Boss nicht mehr so sein? Nein, das ist das! Ich bin immer noch so. Dann, ich bin nur in der Kraft von dem Boss. Hey, Yuri, bitte? Hm? Ich bin wirklich ein Verletzter von Lago und Kymoor. Das ist wirklich. Ich habe keinen Verletzter. Ich hab immer noch nicht gesagt, ich dachte immer, ich habe immer noch nicht gesagt, dass ich es nicht gesagt habe. Es war wirklich schlecht. Wenn ich es schlecht ist, ich habe keine Ahnung, dass ich nicht die Leute zu verletzen habe. Ja. Ich weiß nicht, dass ich nicht. Frein und Estel haben mich auch was, und haben Sie wirklich nicht getan, was ich wirklich nicht zu tun? ja wir sind teile wir müssen uns doch auch ein anvertrauen bruder mal da bestimmt irgendwo stopp zwangsweise ja ja Ich muss mich noch nicht wiederholen, um einen Schmuck zu finden. Das ist gut. Wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut. Wir sind ein bisschen länger als der Hüse von dem Blut von Blut von Blut zu einem Blut von Blut. Ich bin so, dass ich mich überrascht und mich überrascht bin. Und wir sind so, dass ich so gut für mich, wie ich so gut bin. Das ist so, ich denke, dass ich mich nicht so gut für mich. Aber... Ich habe das Gefühl, dass ich mit jemandem bin und jemanden bin, wenn ich mich mit jemandem bin bin. Das heißt, wenn ich mich zurückkehren, dann möchte ich mit Jüri und Jüri gehen. Ich glaube, wenn ich mich mit jemandem bin bin, dann kann ich es auch nicht schlecht sein. Wenn ich mich mit Jüri und Jüri habe, dann bin ich mit Jüri und Jüri. kann okay und jetzt ist war geführt wer wichtigste gespräche manny kamil no ka na ni mo nie mazen beriuso anna fuh niしてしまうし judiths apurastia kohaして 逃げるし na ni hito seiriがつきません soっか yuriは自分の腕を切るし あれは痛かった 笑い事じゃありません でも お前は直してくれた 放っておけるわけないじゃないですか 目の前で傷を負ってる人 放っておけるわけが なら悩むことないだろ レリウスも言ってたじゃないか 優しい心を大切にしろって 私がエンテレケイヤに意味嫌われる理由は この力のせいだったんですね ブラスティアなしで使える魔術か たとえエンテレケイヤにこの力を使わないようにしても 彼らにとって 私は悪しき存在 だから フェローに狙われた けどそのフェローに会えって ベリュースは言ってたな オネレの運命を確認できれば でも本当に それでいいんでしょうか 違いますね 決めるのは私 ティアなしっかりの oder dem unsere gillen benannt ist so nun okay ok einfach ausrufen alles klar Ok hier gibt es ja wenig grund irgendjemanden zu trauen aber es ist nicht so gut, aber es ist das letzte Mal für Veriöse. Wenn ich das nicht gewiss, dann kann ich es nicht gewiss. Ja, und ich glaube, dass Veriöse das so ist, ist auch meine Schuld. Ich muss mich nicht gewiss. Und ich glaube, warum es Apatheia von vielen Leuten verletzt wird. Sie sind auch sehr interessiert. Ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht mehr wissen, wenn ich mich nicht mehr wissen, dass ich mich nicht interessiert habe. Dann kann ich mir die Frau, dass ich mich für dein Ding herbewegte. Ich habe wirklich? Ich habe mich nicht mehr so viel Glück. Ich werde mich für die Brav-Vesperia bewegen. Ich werde auch auf jeden Fall gehen. Ich bin... Rita? Es gab viele Sachen, nicht wahr? Das ist alles, was ich mit dieser Apatia verbunden habe. Deswegen... Don hat gesagt, dass wir uns die Apatia suchen. Ich glaube, du kennst dich etwas. Also, Rita ist auch mit dem Don. Wir sind auch auf Dangresto gegangen. Wenn wir uns mit uns kommen... Ich glaube, ich glaube, es ist gut für mich, aber... Es ist nicht nur das, was ich. Ich glaube, dass wir mit D'Angleston einladen, so gehen wir zusammen. Vorher, D'Angleston, der D'Angleston ist ein Freund von Eifried. Hm? Na? Wenn wir mit dem Kriegen kämpfen, Eifried hat sich mit Eifried mit Eifried... Ich glaube, dass ich mir das Gefühl habe, dass ich meinen Gehirn habe, dass ich mir das Gehirn habe. Wenn ich das so mache, dann gehen wir mit uns zusammen. Das ist so, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich muss mich immer wiederholfen, aber... Und dann ist es für mich, aber... Ich werde kurz aufhören. Das stimmt. ob jeder damit einverstanden ist mit ihr da meine ich rita stimmt ja war der handel ist nicht irgendwie abgeschnitten konnten wir doch gar nicht mehr rein weil die brücke kaputt war wo bin ich denn jetzt hier wo ist denn da ist ich muss mal gucken die sind ja ausgut wir sind ja noch mal die ganzen wenn man nicht alles aufgedeckt ist das hat geister schiff wir können nicht da rein aber wir können ja mal gucken jetzt mal will ich das ja alles aufdecken perfekte lamente da kann ich noch darauf hinkeln da ich das chip zurück habe sollte da vielleicht mal ausnutzen welche seiten da gar nichts mehr auf dem weg ihr seid neu 35 ich war ein katz ja die tod das gar nicht an da kann man ja mal eine matte einsetzen mit wir hier alles voll pinkeln können eigentlich nicht mal so schlecht hier so ein paar nebensachen zu erledigen aber ich will da irgendwo eingestossen werde in historie soja zum schiff zurück ist ja die karte aufdecken vielleicht haben wir hier irgendwas schönes weiß man ja nicht wenn er gerne mal so ein bisschen die karte erkunden also sagt jetzt nicht ja ich nehme an wir können mal zu den rest zurückgehen trägt jetzt hier nicht 20 minuten haben wir erst mich jetzt hier nicht weil ich 10 20 minuten noch hier durch die gegend umeiern will dann wenn schon noch irgendwas erledigen wer weiß vielleicht wenn ich irgendwo wieder in fahr geht es automatisch weiter und hat ja schon wieder nervig hier ist irgendwas möchte ich noch einsammeln wenn es geht so ein baum stumpf sind ja immer irgendwelche speziellen sachen die man gebrauchen könnte zum herstellen wo zu leben sie zum beispiel ich glaube das ist ein bisschen selten ich habe da brauchte ich mal zu irgendeinem zeitpunkt so ich muss mal gucken jetzt und dann christ ist also ich habe nämlich keine ahnung komisch ja da oben alles klar gehen wir da erst mal zurück so kann man sich auch irgendwie schnell reise oder so machen fliegen steht da ich kann auch gar nicht fliegen geben mir hat kommando fliegen ich konnte noch gar nicht fliegen ich habe mal gucken ob ich zurück nach links kann nach nautopolika ich nehme es mal sehr stark an das ist nicht der fall sein wird aber mal schauen weiß vielleicht ist da jetzt irgendwie eine quest oder so ja irgendwie so weit man weiß nicht ja alles mal nachgucken und ja ich kann ja umlaufen gott ist nichts scheint aber nichts neues zu sein sie war es und verändert aus die gleichen mpcs reichert kolossier haben wir betreten haben diese eine lagen geöffnete eigentlich nur in zwei wochen erst geöffnet werden sollte ja dann lass mal gucken wenn nichts ist dann gehen wir nach da ist vielleicht sollte ich einfach mal durch die welt herum rennen um zu gucken waffen kaufen und so die ich hochleveln kann und so das ist eigentlich ein guter zeitpunkt weil ich habe jetzt ja ganz viele neue sachen zum hochladen dass ich mal übernachten ob der katz sehen okay also mal schwieriger bei tels auf spielen da ist immer so weil ich einige sachen sind echt so für eine sehr kurze zeit immer zur verfügung und ja und welcher hat verpasst man irgendwie bei 50.000 quests wenn man nicht genau zu diesen zeiten irgendwie gerade da hingegangen ist oder irgendwas gemacht hat hast du interesse an der teilnahme tut mir leid geht nicht kann man nicht zurück alles klar aber jetzt nicht geändert hätte ja sein können okay tut mir leid soll ich denn das wissen man auch zu schreien und dann gehen wir jetzt einfach mal nach der angreise gucken mal was danach zu tun ist und was nur so passiert vielleicht haben wir ja da judith und so und dann sind wir wieder als zusammen aber ich bezweifle es hat die sandalen einfach genommen und das abgehauen wir haben vor dem ich aussehen wie ein klamotten das sei irgendwie komisch aus als gemacht der angriff jetzt keinen anderen anhaltspunkt hoffentlich dauert er jetzt nicht zu lange wird auch immer da machen müssen immer in der abkürzung dann kann man direkt weiter habe er super traurig weil ich werde das gedächtnis auch für sprünge helfen oder liegt was aber da kann ich glaube ich nicht hin rieter heute ein paar fragen stellen müssen harry da abliefern genau da kann man wieder da rein ist auch schon lange davon hier kann ich nicht da rein nein warum ist man hat so logisch sein weil ich will ja auf den armen gehen die hat man das chance ging und so ein nach speichern ja man weiß ja nie hier glaube ich ja doch ja richtig so dann zeig mal wer ihr habt die brücke und ich habe bei ihr oder koetsets oder die donnaところ nikola das ist aber war noch nicht so da gerade ja da ja da 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 ja was da ich krasse so ein auto innen oder union monnida chitama hannasin ja mazarin eidomo zu Was? Achso, ich würde mich über die Geschichte erzählen. Wenn du mit Apatia verabschiedst, dann kannst du dich alle sagen. Ich kann mich nicht mit alle sagen. Wenn du nicht eine lange Geschichte erzählst, dann gehst du einfach mal. Okay, wenn du mit der Arbeit bist, dann... Danke, ich komme! Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte von Apatia gehört habe. Das ist eine lange Geschichte, oder? Ja, das stimmt. Hey, du bist, woher geht's? Wir haben, wir haben hier ein paar Mal gehört. Und vielleicht... Das ist auch ein paar Stadt in Eifried. Wenn du bei dir gekommen bist, ist das nicht so schlimm. Gilda gegen Gilda Gilda gegen Gilda wenn ich hier gegen meinen tisch gekommen ja was ich mal ja abchecken möchte sind waffen ich habe zwar kein geld aber ich werde noch nicht irgendwie waffen kaufen kann die ich dann eventuell hoch da werden kann das sieht doch schon mal das sind neue waffen wat hat mir das jetzt nicht an hier kann man den säbel kaufen den mann hoch dann kann gut hatte ich baue so viel geld ich brauche so viel geld heiliger rabe den bauchstoffen irgendwann naja denn es doch macht ich glaube ich auch mal okay ich brauche viel geld dass ich offscreen fahren muss wie gut da ich wieder ein paar sachen hier zum zum lernen aber so habe ich auch relativ entschuldigung dafür zu leveln da gehen wir mal zur gaststätte ich weiß auch nicht wo peti und co sind wo ich konnte ja mal nachschauen gleich sei was los ja ja wir waren dabei als das passiert ist ich zeige mal zum proponent stellen man könnte mein peti wir irgendwo hier aber nur da wären da sind wir die ganzen gerüchte ich glaube die soll in die eine richtung gegangen okay wird wir hier noch mal gar nichts warte mal ich kann ich doch ich kenne dich wie weißt du was auch eine taverne schon so lange her seit wir hier waren warte mal es hat total werden wo wir ihn sollten das städte sollten wir jetzt auch niemand mit niemand manig peti dann gehen wir mal einfach in die gaststätte wird schon wird schon nichts verpasst mir hoffentlich wenn doch welche müssen ja welche leicht beleidigt da gehen wir jetzt einfach wenn ich zu viel zeit verschwenden ich glaube ich habe kein geld um mich ich hatte definitiv nicht 400 aber trotzdem konnte ich übernachten dabei so story den anscheinend im automatsch zu gehen gehen ich halte mich noch etwas hier auf das ist mir als bei richtig ja wenn ich schon die optionen ab dann wenn ihr schon die optionen ab dann sagt schon mehr als verdächtig na was könnte man denn hier noch machen ja vielleicht okay ist an dem vorbei um nach zu betreten so jetzt einfach noch gucken ob wir eins meiner party mit die leider nähe sind und dann gehe ich auch wieder zurück aber wie gesagt wenn ich schon die optionen ab da vielleicht konnte ich irgendwie zwischen ein von zwei irgendwie katz zins entscheiden entweder mit cell und rita oder nicht jetzt sagen wir nicht ich habe die option hier herum zu laufen wenn sowieso nix ist es war leicht irgendwie red nicht mit mir oder es kommen gleich die geister arbeit ja es kommen gleich die geister es war nicht mal anders gesagt mit du willst mal mein geld weg nehmen ich habe kein geld ich bin pleite was macht sich jetzt ich habe kein geld okay na komm schon fertig kann ich dich irgendwo treffen warum wurde mir option gegeben ich kann den noch rumlaufen wenn wenn ihr absolut nix ist herauskommen okay dann gehe ich ihm zurück man sollte hat dann man soll es wahrscheinlich gehen wir aus dem weg ja dann ruhen wir uns eben aus das war irgendwie eine wahl gehabt hätten irgendwie stehe es nicht das war irgendwie was ich glaube ich aber ich habe es was dir was ich an Ah, ich habe mich geblieben. Herr Nebosuke, es ist ein Zeitpunkt für Sie? Ah, mein Mann. Karol? Ich bin in der Union-Fraktion. Ich bin nicht zurückgekehrt. Was ist das? Der Mann hat sich zurückgekehrt, weil ich die Union-Fraktion habe, habe ich nicht gehört. Das war's für heute. Was ist das? Ich bin kein Problem. Ich bin ein Mannizier und ich bin ein Englischer. Aber gut, ich bin nicht sicher. Ich bin gar nicht für mich. Ich bin kein Partie, aber ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Dann komm ich los. Ich bin noch nicht für Ester. Ich bin auch noch bei uns. Ester? Ich bin doch gar nicht nervös. Ich weiß nicht. 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 Wir kommen zusammen. Wir gehen. Es ist entscheidend. Wir holen Karol. Was? Ich weiß nicht. Ach. Es geht um den Herd mit allen mit allen sicherlich und eigentlich im schnitt machen торgen nach entmentsprechend Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass wir die Leute von ihnen die Stadt retten können. Wenn sie zurückkommen sind, dann kommt sie zurück. Achso, ob sie das sind. Wenn sie sich mit den Gildern befinden, dann wird sie wieder die Geist-Dann-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land. Die Geist-Dann-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land. Oh, mit Schüger, alleекassen, ich schaffe das nicht! Geistimkehr Hecht jetzt? Es ist FROM klugger Bread. Ich eleg herein. Aber....... dass sie hier drin haben. Das war's für heute. Ich weiß, was ich nicht so gut war. Es ist nicht so, dass ich hier die Stadt schlussend bin. Ich weiß, dass ich hier die Stadt schlussend bin. Ich weiß, dass ich hier in der Heidenschaften bin. Aber ich weiß, dass ich hier auch... Wenn ich die Eger-Done wirklich nicht so bin, dann kann ich nicht mehr in die Zeit gehen. Ich weiß, was ich verstehe? Ich bin immer noch in den Süddeutschland. Ich weiß nicht, was ich nicht so bin. Ich weiß nicht, was ich nicht so bin. Wenn sich Don wirklich an die Eger gehalten hat, was ist denn das für ein Wettbewerb? Es geht nicht darum, dass es sich nicht zu erinnern ist. Ich habe gesagt, dass ich nicht nur einen Wettbewerb verletzt habe. Wenn ich mich an die Gilder schaue, dann bin ich ein ganzes Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. ok also unsere gruppe schon wieder aufgeteilt und ja ja schon mal sehr dämlich so außerhalb der stadt im westen hat er jetzt gesagt wo genau sie müssen ein dahin was haben keine zeit irgendwie neue sachen zu kaufen haben sorg für erwarte meister da oben das ding kann da oben wird ein ding sein hier ist eine einsam aus da kann er jetzt nicht so weit entfernt sein ich habe sowieso kein geld irgendwie neue sachen zu kaufen und ich habe auch keine sachen zum verkaufen also müssen wir jetzt einfach hier irgendwie raus gehen und ja ja da ja 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 Ich weiß nicht, wie ich es in der ersten Begründung habe. Ich sage es aber, dass der Begründung der Leibha-Ausse ist. Was? Ich weiß nicht, was das Problem war, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich. Dann gehen wir. Wir warten. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich auf die Begründung geheißen bin? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was ich gesagt. Das ist das, A-Way. Wenn du bereit bist, wenn du auf der Seite von Kotenpan geholfenst, dann wäre es das Schluss. Du hast es bereit, was du bereit? Du bereit bist, was du bereit? Du bist wirklich gut? Du bist mir nicht so interessiert. Du bist okay. da ja so ein gespräch mit dem don so dass ich nehme mal an dieses eine häuschen war es geht weg sie ist hochs haus war wie auch immer stimmt so habe ich recht vielleicht weil ich aber doch ein bisschen würde es jetzt allerdings ich habe auch noch voll viel ich gehe jetzt erstmal einmal rein und gucke ich glaube nicht dass ich irgendwie in die nächsten folge anfange und ich bin vollkommen am falschen ort hier wird auch gott ich sehe dahinten schon so beiden ladies von diesen jäger typen er sagt mir ich kann nochmal aus dem speichern ich bin ein kräftiger ich bin ein kräftiger aber ich bin ein kräftiger ich bin ein kräftiger Ich weiß nicht, was ich? Die Zeit ist sehr gut geworden, zu sagen. Sie können auch ein eigenes Zeug sein, oder? Das ist kein Zeug! Das ist ein Zeug. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass Sie hierher kommen. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Ich bin so einfach. Ich bin ein Chance für eine話 zu hören. Sie sind, dass die Rundsgrüge die Rundschweig für den Rundschweig ist, glaube ich. Das ist doch so, als ich den Rundschweig zu sehen, dass Don hierher um den Rundschweig zu kommen. Wenn ich das nicht weiß, dann lass mich nicht. Rundsgrüge die Rundschweig für den Rundschweig? Oh Gott, we're out. ja ich war eigentlich noch zurückgehen und speichern aber ich bin der geschikt vor mal analysieren aber ich kann zu sagen ja war schweizer Da haben wir noch geschenkt worden. Ohm. Ohm. Mein Gott, warum dauert nicht so lange? Da haben wir Dorita in unserem Team noch. Oh, und zack, und weg, und danke. Was war? Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Was war das, Judis? Oh, was war das? Oh, was war das? Ich weiß nicht, dass es nur von Harry, um es zu verabschieden. Ich weiß nicht, dass die Leute die Apatia interessiert haben. Judi... Judi ist auch ein Problem, aber ich weiß nicht, dass sie die Frau von der Frau sind. Ich weiß nicht, dass die Frauen in die Frau sind. Also, ich weiß nicht, dass sie hier verabschieden können. Ja, ich weiß nicht, was ich? Nein, aber ich habe mich nur überrascht. Dann gehen wir mal auf Temza. Aber wie ist es? Ich kann es sich selbst entscheiden. Los geht's! Ich bin auch! Ich bin aber sicher, dass ich jetzt Don und Judis treffen kann. Ich werde sicher, dass ich mich nicht verletzen kann. Was war das für deine Zielsetzungen? Es ist okay, dass diese Frau. Du bist so großartig. Dann lass uns doch mal mit Donn und Junge zurück. Wir werden wieder mehr zu tun, was noch nicht mehr zu tun ist. Ja. Ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Geschichte von Judith zu erzählen habe. Ich denke, es ist auch so, dass ich die Schmerzen der Schmerzen habe. Ich denke, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich daran erinnere. Ich glaube, dass ich mich daran erinnere, aber... Judith... Ich verstehe, aber ich werde mich daran erinnern. Ja, wir suchen Don. okay schon sagen wenn ich jetzt hier nicht raus kann warte mal hatte ich hier schon die quest mit denen und jetzt nicht so aus oder wahrscheinlich doch ein bisschen so durch die gegend hier vielleicht ein bisschen trainieren ein bisschen geld sammeln damit ich mir einige waffen hier leisten kann einige neue naja nicht zu extrem aber so ein bisschen versuche ich hier noch rauszuholen auf screen gut würde ich sagen ich bin die partie ja ich hoffe euch hat er hat qualmen bitte ja und ja dann sage ich dankeschön für zuschauen lassen like abo kommentar und also was und wir sehen uns dann ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020